Liebe Kinder des Deutschen Kindergartens Dubai, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich bin Ilham aus der Haifischgruppe und lese euch eine tolle Geschichte vor. Die kleine Raupe Nimmersatt Nachts im Mondschein lag auf einem Blatt ein kleines Ei. Und als an einem schönen Sonntagmorgen die Sonne aufging, hell und warm, da schlüpfte aus einem Ei eine kleine hungrige Raupe. Sie machte sich gleich auf den Weg, um Futter zu suchen. Am Montag fraß sie sich durch einen Apfel, aber satt war sie immer noch nicht. Am Dienstag fraß sie sich durch zwei Böen, aber satt war sie immer noch nicht. Am Mittwoch fraß sie sich durch drei Pflaumen, aber satt war sie ihr noch immer nicht. Am Donnerstag fraß sie sich durch vier Erdbeeren, aber satt war sie noch immer nicht. Am Freitag fraß sie sich durch fünf Orangen, aber satt war sie noch immer nicht. Am Samstag fraß sie sich durch ein Stück Kuchen, ein Eis, eine saure Gurke, eine Scheibe Käse und ein Stück Wurst, ein Lolli, ein Frühstückkuchen, ein Würstchen, ein Muffin und ein Stück Melone. Und an diesem Abend hatte die arme Raupe Bauchschmerzen. Am nächsten Tag war Sonntag. Die Raupe fraß sich durch ein grünes Blatt. Es ging ihr schon viel besser. Sie war auch nicht mehr hungrig. Sie war sogar richtig satt. Und klein war sie auch nicht mehr. Sie war groß und dick geworden. Sie baute sich ein enges Haus, das man Kokon nennt, und blieb darin mehr als zwei Wochen lang. Dann knabberte sie sich ein Loch in den Kokon und zwängte sich nach draußen. Die kleine Raupe wurde zu einem wunderschönen Schmetterling. Meine Lieben, schön, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, die Geschichte hat euch genauso gefallen wie mir. Und viel Spaß beim Nochmalhören. Eure Ilham aus der Haifischgruppe. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.